Willkommen zu meinem Review-Video über das Voibuji 9,25 Zoll tragbare Autoradio mit Wireless CarPlay und Android Auto. In diesem Video werde ich Ihnen eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten ziehen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und einen starken und überzeugenden Abschluss liefern, der Ihnen zeigt, wie Sie von diesem Produkt profitieren können. Beginnen wir mit den Funktionen dieses Autoradios. Es bietet sowohl Wireless CarPlay als auch Wireless Android Auto, was eine intelligentere und sicherere Art ist, Ihr Telefon im Auto zu nutzen. Mit CarPlay können Sie Wegbeschreibungen erhalten, Anrufe tätigen, Nachrichten senden und empfangen und Ihre Lieblingsmusik genießen, alles über den intelligenten Touchscreen dieses Autoradios. Die Steuerung erfolgt einfach über Siri Sprachsteuerung oder den Google Assistant. Ein weiteres Highlight sind die intelligenten Funktionen, die für ein sicheres Fahrerlebnis sorgen. Dazu gehören die Streaming-Media-Rückansicht, die Parküberwachung, die Schleifenaufzeichnung, der Video-Zeitraffer und die Nachtsicht. Sie können also sicher sein, dass Sie immer klare und scharfe Videos erhalten, egal ob bei Tag oder Nacht. Ein weiterer Vorteil dieses Autoradios ist der FM-Transmitter, der den Ton auf Ihre Autolautsprecher überträgt. Dadurch erhalten Sie eine bessere Audioqualität und können Ihre Lieblingsmusik in bester Qualität genießen. Außerdem unterstützt dieses Autoradio eine ausgezeichnete visuelle Erfahrung mit einer großen Blende, WDR-Technologie und verbesserter Nachtsicht. Sie werden beeindruckt sein von den klaren und detaillierten Aufnahmen, die dieses Autoradio liefert. Ein weiteres Highlight ist der geteilte Bildschirm, der es Ihnen ermöglicht, sowohl die Front- als auch die Rückansicht gleichzeitig anzuzeigen. Dies bietet Ihnen ein sichereres Fahrerlebnis, da Sie immer den Überblick über das Geschehen um Ihr Fahrzeug haben. Nun möchte ich Ihnen einige Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren. Mechel sagt, Ich bin begeistert, eine gute Lösung für ältere Autos. Das Verbinden mit dem Handy hat super funktioniert und sofort erkannt. Die Qualität ist wirklich gut, hätte ich so nicht erwartet. Die Kamera macht, was sie muss, und die Frontkamera funktioniert auch sehr gut. Ich bin froh, dass ich jetzt mein Handy darüber steuern kann. Er Reitz sagt, Die Montage war sehr einfach und es funktioniert einwandfrei. Der Bildschirm ist wirklich hervorragend, und auch die Bedienung ist sehr gut. Ich bin vollständig zufrieden mit dem Kauf. AMZ-Customer Daniela N. sagt, Mir gefällt die gute Qualität und Verarbeitung, die Kompatibilität mit meinem 3er BMW E46, Wireless CarPlay und Wireless Android Auto für eine intelligentere und sicherere Nutzung meines Telefons im Auto, die intelligenten Funktionen wie Streaming-Media-Rückansicht, Parküberwachung, Schleifenaufzeichnung und Videozeitraffer, der FM-Transmitter für eine bessere Audioqualität, das ausgezeichnete visuelle Erlebnis dank großer Blende, WDR-Technologie und verbesserter Nachtsicht sowie der geteilte Bildschirm für ein sichereres Fahrerlebnis. Das Preis-Leistungsverhältnis ist top. Jetzt kommen wir zum Fazit. Als stolze Besitzerin eines BMW bin ich absolut begeistert von diesem Autoradio. Die Funktionen, die es bietet, machen die Bedienung meines iPhones im Auto äußerst praktisch und sicher. Die intelligenten Funktionen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Komfort beim Fahren. Die visuelle Qualität und die verbesserte Nachtsicht sorgen für klare Aufnahmen unter allen Bedingungen. Der geteilte Bildschirm ermöglicht es mir, sowohl die Front- als auch die Rückansicht gleichzeitig im Auge zu behalten, was mein Fahrerlebnis deutlich verbessert hat. Es gibt jedoch auch einige negative Bewertungen zu beachten. Ein Kunde bemängelt, dass das Produkt nach kurzer Zeit sehr heiß wird und dass die Bedienungsanleitung nur in englischer Sprache vorliegt. Ein anderer Kunde hatte Probleme mit der Kompatibilität seines Samsung Fold 5 und konnte Google Maps nicht nutzen. Trotz dieser negativen Bewertungen überwiegen die positiven Aspekte dieses Autoradios. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, eine gute Qualität und Verarbeitung sowie ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt hat das Voibu G 9,25 Zoll tragbare Autoradio mit Wireless CarPlay und Android Auto eine Durchschnittsbewertung von 4,1 von 5 Sternen basierend auf 55 Bewertungen. Wenn Sie also auf der Suche nach einem hochwertigen Autoradio sind, das Ihnen eine intelligente und sichere Nutzung Ihres Telefons im Auto ermöglicht, dann sollten Sie dieses Produkt in Betracht ziehen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.